In Wuppertal, ein 15-jähriger Jugendlicher, soll ein Antat auf Juden geplant haben. Ein Teenager aus Wuppertal ist wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen verhaftet worden. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Ein 15-jähriger mutmaßlicher Islamist aus Wuppertal ist wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen verhaftet worden. Er sitzt auf Anordnung des dortigen Amtsgerichts bereits seit dem 20. September in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilt. Er sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen und man habe ihn einige Wochen zuvor in Präventivgewahrsam genommen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Nähere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Dann hätten sich in der Folge konkreter Hinweise auf die Planung des Jugendlichen ergeben, worauf die U-Haft angeordnet worden sei. Zu einem möglichen Zusammenhang zum tödlichen Messeanschlag von Soling äußerte sich der Sprecher nicht. Welche Art von Verbrechen der junge Mann geplant haben soll und wie weit die Planung ging, bleibt zunächst offen. Der Jugendliche soll demnach außerdem auf der Plattform TikTok Videos veröffentlicht haben, in denen Flaggen des Dschihadistenmilits islamischer Staat zu sehen gewesen sein sollen. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelt sind Strahlstelle für Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen, ermittelt demnach diese Abteilung gegen den 15-Jährigen. Ich möchte nochmal meine Bestrebung deutlich machen. Entweder wir schaffen es TikTok regressiver zu kontrollieren oder wir lassen den deutschen Zugang zu TikTok endlich ausgehen. TikTok gehört verboten. TikTok ist eine chinesische hybride Cyberwaffe, die diese Radikalisierung so einfach macht wie noch nie. Also natürlich nicht ganz unterschiedlich zu sozialen Medien. Alle sozialen Medien haben solche Probleme, bevor wieder irgendjemand kommt und sagt, aber was ist mit Facebook? Ja, aber TikTok hat eine Zielgruppe, die besonders jung und besonders empfänglich für das ist, was da passiert. Also gehört entweder auf europäischer Ebene TikTok endlich das Handwerk gelegt oder auf nationaler Ebene, auf deutscher Ebene. Denn wir werden immer mehr von diesen radikalisierten jungen Leuten, das sieht man ja auch über die Nachrichten, das hat ja eine gewisse Frequenz, wahrnehmen. Nicht nur, weil darüber berichtet wird, sondern weil die Sicherheitsinfrastruktur auf sowas auch aufmerksamer wird. Tja, dann schieben wir die radikalen Islamisten eben ab, sagt das ein oder andere CDU-Mitglied. Aber diesbezüglich habe ich einen Artikel, der aus dem Verwaltungsgericht Köln so ein bisschen herauskommt. Das Verwaltungsgericht Köln gab dem Eilantrag eines salafistischen Predigers gegen dessen Abschiebung statt. Die Stadt Bonn wollte den Mann in den Kosovo abschieben. Dafür fehlte allerdings eine Rechtsgrundlage, so das Gericht. Salafismus ist eine radikale Strömung des Islams. Ein Mann, der entsprechend Predigten hielt und hält, wehrte sich nun erfolgreich gegen seine Abschiebung. Seit Anfang September 2024 sitzt er in Abschiebehaft. Die Stadt Bonn wollte den Mann abschieben, weil er als Anhänger des politischen Salafismus die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährde. Von ihm gehe eine Gefahr aus aufgrund seiner Tätigkeiten als Prediger, als zuführender Akteur für die radikal-islamistische Szene. Und wegen seiner Kontakte zu führenden salafistischen Predigern mixt Martial-Artskämpfern und Mitgliedern der Clan-Szene. Doch diese Erkenntnisse reichten nicht aus, um den Mann abzuschieben, hat das Verwaltungsgericht Köln am Mittwoch entschieden. Die aktuelle Gesetzeslage lasse nicht die Annahme zu, dass Anhänger des politischen Salafismus eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung darstellt. Die Situation des Mannes erfülle nicht die Kriterien, die ein besonders schweres Ausweisungsinteresse begründet. Nach Auffassung des Gerichtes heißt es, die aktuelle Gesetzeslage lasse nicht die Annahme zu, dass Anhänger des politischen Salafismus, also radikal-islamistische Strömungen, eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen. Weil der Mann nicht öffentlich zur Gewalt oder Hass aufgerufen habe, könne er nicht als Hassprediger nach § 54 Absatz 1 Nummer 4 Nummer 5 Aufenthaltsgesetz eingestuft werden. So das Gericht. Zauber stehe bei dem Mann eine Nähe zu salafistischen Szene, allerdings sei nichts Belastbares dafür erkennbar, dass dies über die bloße Zugehörigkeit zum politischen Salafismus hinausgehe. Vielmehr griffen seine Aktivitäten nicht die demokratischen Grundsätze des Rechtsstaats an, meint das Gericht. Dies wäre indes Voraussetzung für das besonders schwere Ausweisungsinteresse nach § 53 und 54 Absatz 1 Nummer 2 Aufenthaltsgesetz, falls der Mann Terrorismus und eine derartige Vereinigung unterstützen würde. Das lässt sich laut Gericht anhand der vorgelegten Erkenntnisse der Stadt allerdings derzeit nicht zweifelsfrei freistellen. Eine Gesetzesänderungsvorhaben mit der Intention, in solchen Fällen bereits ein besonders schweres Ausweisungsinteresse anzunehmen, ist zuletzt im Bundestag gescheitert. Gegen den Beschluss können die beteiligten Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen einlegen. Das hier kommt vom LTO Legal Tribune Online und zeigt, wie vielen Hindernissen der gesamte Prozess der Abschiebung vorausgeht. Es ist also absolut unsinnig, sich auf die Lösung von Problemen, von gesellschaftlichen, von Sicherheitsproblemen darauf zu konzentrieren, dass Abschiebungen das Ganze möglich machen. Weil sie machen es nicht möglich. Selbst in solchen, meiner Ansicht nach, relativ nachvollziehbaren Begründungen, wenn es darum geht, dass die demokratische Grundordnung gefährdet ist, durch den politischen Salafismus, findet das hier nicht statt. Können wir also bitte endlich die Aufenthaltsgesetzgebung reformieren? Bitte? Bitte? Und aufhören darüber zu sprechen, dass Abschiebungen das machen oder das machen? Weil das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Das ist nicht die Wahrheit. Denn es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mal in so eindeutigen Fällen. Im Falle eines Wahlsieges will die Union die Erbschaftssteuer auf Eigenheime senken. Wichtig. Das beschäftigt den Mittelstand. Die Union glaubt, dass der Staat den Bürgern beim Vererben von Eigenheimen zu tief in die Taschen greift. Führende Politiker von CDU, CSU versprechen nun im Falle eines Wahlsieges, Steuern auf solche Übertragungen deutlich zu verringern. Die Union will im Falle eines Wahlsieges bei der nächsten Bundestagswahl die Erbschaftssteuer auf Eigenheime senken. Zitat. Die Erbschaftssteuer für Eigenheime sind zu hoch. Die Menschen haben Angst, dass Immobilien nicht vererbt werden können, weil ihnen der Staat zu tief in die Tasche greift. Sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Na, welcher Zeitung sagt er das? Welchem Schmutzblatt? Natürlich der Bild. Diese Angst sei berechtigt. Deshalb müssen wir die Erbschaftssteuer für Eigenheime reduzieren, erklärt der Politiker weiter. Dobrindt plädiere dafür, dass Eigenheime steuerfrei an die nächste Generation übertragen werden können, wenn sie mindestens zehn Jahre selbst genutzt oder vermietet werden. Eigenheime werden zum heutigen Zeitpunkt komplett steuerfrei an die nächste Generation vererbt, wenn du das selber nutzt. Das ist jetzt schon so. Dobrindt, du dumme Sau. Das ist jetzt schon so. Das ist jetzt schon so. Unabhängig davon, was das ist. Wenn du ein Eigenheim vererbst und du darin wohnst, dann bezahlst du das 100% Steuerbefreiung. Hallo, guck doch mal nach. Das kann man jetzt nachlesen. Das ist jetzt schon so. Das ist jetzt schon so. Wenn du weitere Immobilien darüber hinaus, die du selbst nicht bewohnen wirst, vererbst, ergibt sich, abhängig davon, ob man das an Kinder macht oder an Erwachsene macht, zwischen so 10% Besteuerung. Also ich möchte das nochmal ganz klar sagen, weil das muss man wissen. Das, was Alexander Drobrindt hier fordert, ist schon jetzt so. Ich glaube, das Einzige, was sich reduziert, ist die Jahresanzahl. Wenn du jetzt eine Immobilie, ich weiß, niemand von euch interessiert das, weil niemand von euch die Kohle hat, um ein Haus zu kaufen. LOL XD Mittelschicht. Wenn man jetzt eine Immobilie an die nächste Generation vererbt und diese Generation in diesem Haus lebt, dann ist das steuerfrei. Es gibt dafür keine Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer kommt dann, wenn das eben nicht so ist und abhängig davon, wie viele Immobilien und wer der Erbe ist, Kinder oder Erwachsene. So. Zumal, und das ist wirklich auch wichtig, es eine ganze Batterie, eine Armee von Experten, Anwälten, Steuerfachanwälten, Steuerberatern gibt, die sich nur darum kümmern, dass Menschen, die mit sowas zu tun haben, damit eben nicht zu tun haben. Also tatsächlich zu glauben, dass Deutschland ein Erbschaftsproblem hat, ist so hirnrissig, dass mir hier der Frontallappen pulsiert. Nein, Deutschland hat kein Erbschaftsproblem. Hä? Das ist wieder nur die Idee davon, dass Menschen, die niemals eine Immobilie besitzen werden, sich dafür einsetzen, dass Leute, die eigentlich mehrere Immobilien besitzen, dafür kämpfen. Es ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Wir brauchen nicht Steuersenkungen für Vererbungen. What the fuck? Bayern drängt schon längst auf eine Reform. Auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn. Immer wenn ich Jens Spahn höre, denke ich mir, warum macht der noch Politik? Leistung muss sich lohnen. Daher wollen wir zum Beispiel über Stunden und das innerhalb der Familie vererbte Einheim besser stellen. Solche konkreten Maßnahmen müssen sich auch im Wahlprogramm wiederfinden. Ich möchte das nochmal sagen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Guckt jetzt bitte bei der Erbschaftsregelung. Ihr könnt von mir aus nachgucken. Das ist mir scheißegal. Wenn du eine Immobilie vererbst, in der dann die Leute, die das geerbt haben, wohnen, dann ist das steuerfrei. Wichtig. Das ist steuerfrei. Da gibt es keine Steuern drauf zu zahlen. Wenn du also Angst hast, dass Großmutterchens Hexenhaus, in das du einziehen willst nach ihrem Tod, dann du nicht bezahlen kannst, dann muss man vollkommen richtigerweise sagen, du musst dir keine Sorgen machen, Thorsten. Du kannst in dieses Haus ohne einen Cent Steuern einziehen. Du musst nur selber drin wohnen, Thorsten. Die Landesregierung in Bayern, die von der CSU angeführt wird, drängt schon seit Längerem auf eine Reform der Erbschaftssteuer. Auch weil die Immobilienpreise stark gestiegen sind und die Freibeträge aber seit 15 Jahren nicht erhöht. Die bayerische Staatsregierung hat deshalb Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereiht. Diese zielt auf eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer ab. Für geringere Steuersätze und höhere Freibeträge. Der Ökonom Peter Bofinger hatte im August noch das Niveau der Erbschaftssteuer in Deutschland als Verteilungsproblem ausgemacht. Wer keine Immobilieerbe und ein durchschnittliches Einkommen habe, der könne den Wohlstandsunterschied eigentlich niemals aufholen, sagte der Professor für Volkswirtschaftslehre der in Würzburg entscheidenden katholischen Wochenzeitung die Tagespost. Man kann sich schon fragen, ob das gerecht ist, vom monatlichen Einkommen fast die Hälfte abgeben zu müssen, während man auf das Häuschen, das man plötzlich erbt, sehr viel weniger Erbschaftssteuer zahlen muss. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs seien immer mehr Vermögen angehäuft worden. Die Unterschiede in der Verteilung seien daher immer größer geworden. Die Immobilienpreise seien zudem überdurchschnittlich stark angestiegen, was den Vorteil des Erbens noch vergrößere. Gerade in Großstädten sorgten zudem Angebot und Nachfrage für hohe Preise. Leute, die einzigen, die sich hier darüber beschweren, sind Menschen, die Immobilien erben, in denen sie nicht selber wohnen. Irgendwelche Johannesses, irgendwelche Günthers, die das zweite oder dritte Haus bekommen. Und ich muss ganz klar sagen, scheiß auf diese Leute. Diese Leute können dieses zusätzliche Vermögen dann eben auch versteuern. Weil wenn du ein Haus hast und wenn du schon in einer Immobilie wohnst und du kriegst noch eins mehr, solltest du nicht das Recht darauf haben, die Forderung einzuräumen, dass du in irgendeiner Form da noch Vergünstigungen zu hast. Wenn du das dann schon hast, dieses Privileg, dann sollen sie Steuern drauf zahlen, Bruder. Und dann sollen sie nicht weniger Steuern drauf zahlen. Es ist eh ein totaler Witz. Ich meine, der Prozess läuft wie folgt. Um einen kurzen Einblick darauf zu geben. Bei Immobilien wäre es so, dass das Finanzamt eine Schätzung abgibt. Da gibt es so richtige Formeln. Schätzung des Sachwerts, Entwicklung des Preises, bla 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 bla. Und dann kommt am Ende eine Schätzung des Finanzamts raus. Und auf Basis der Schätzung des Finanzamts wird dann überprüft, ob es im Rahmen des Freibetrags ist oder nicht. Und wenn es nicht im Rahmen des Freibetrags ist, wird der ermittelnde Steuersatz anhand der Hand festgelegt, was du für eine Person bist. Kind, Jugendlicher, alt, voller Erwachsen, da gibt es so richtige Kategorien für. Zwischen 5 und 10 Jahren, zwischen 10 und 17, zwischen 17 und 27. Da gibt es so richtige Kategorien für. Und daran wird dann festgemacht, hast du vielleicht noch mehr Immobilien geerbt? Wie sieht das Vermögen allgemein aus? Dann wird der Freibetrag abgezogen, der zum jetzigen Zeitpunkt 400.000 ist, soweit ich das weiß. Und dann kannst du da loslegen. Und das auch nur, und jetzt muss man, Vorsicht, jetzt muss man es wirklich, wirklich wichtig. Und das auch nur, wenn du nicht schon vorher Teile davon im Rahmen einer Schenkungsvereinbarung bekommen hast. Denn hierbei gibt es wichtige Details. Menschen, die solche Summen vererben, machen sich im ziemlich sicheren Fall vorher Gedanken darüber, wie sie sowas steuervermeidungstaktisch an ihre Nachkommen weitergeben. Und dann wird das halt über eine längere Zeit gestreckt. Und dieser Problemfall, von dem hier gesprochen wird, ist kein Problemfall. Das ist ein erfundener Problemfall für Leute, die unbedingt glauben wollen, dass sie zur Mitte der Gesellschaft hören. Aber wenn du zwei oder drei Immobilien hast, die du zugeschrieben bekommst, dann gehörst du nicht mehr zur unteren oder Mitte der Gesellschaft. Mit mehreren Immobilien, die neue Mitte der Gesellschaft wohnt zur Miete. Oder hat vielleicht ein von der Bank durch Zinsen finanziertes Haus, das sie abzahlen werden, bis sie in der hohen Rente sind. Und bei einem Haus interessiert das keinen Schwanz. Denn wenn du Kinder hast und ein Haus und du sagst, dann kriegen deine Kinder dieses Haus, in dem sie wohnen können, steuerfrei. Ihr Lelix. Heute am 3.10. Tag der Deutschen Einheit. Scholz beim Fest in Schwerin. In Schwerin finden in diesem Jahr die Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. In seiner Rede mahnte Bundeskanzler Scholz an, dass die Einheit noch nicht vollendet sei. Im Osten herrsche weiter Benachteiligung. Die Deutsche Einheit wird in diesem Jahr in Schwerin gefeiert. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war unter den Rednern des Festaktes. In seinen Worten zum 3. Oktober hat auch er betont, dass die Lebensverhältnisse im Westen und Osten Deutschlands weiter angeglichen werden müssen. Zitat. Vollendet in diesem Sinne ist die Deutsche Einheit auch nach 34 Jahren natürlich nicht. Sagt der Scholz mit Hinweis auf geringere Löhne und Vermögen im Osten. Er rief dazu auf, der Geschichte der Einheit neue Kapitel hinzuzufügen. Zitat. Wo immer Politik bessere Lebenschancen und gleichwertigere Lebensverhältnisse schaffen kann, da muss das geschehen. Auch der Anteil von Ostdeutschen in Chefetagen müsse noch gesteigert werden. Scholz führte auch aus, dass einheitlich nicht bedeutet, dass der Westen irgendwann exakt so sein werde wie der Osten. Wo es doch diesen, einen einheitlichen Westen gar nicht gibt, diese Vorstellung hilft uns im vereinten Deutschland tatsächlich nicht mehr weiter. Die innere Vielfalt sei kein Defizit, sondern eine Stärke. Zugleich betonte der Kanzler, dass man gerade im Osten stolz auf das Erreichte nach 1990 sein könne. Die Deutsche Einheit sei für Millionen von Ostdeutschen Befreiung und Neuanfang gewesen, sagt Scholz zudem. Aber für viele habe sie auch einen Zusammenbruch ihres gewohnten Lebens. Zitat. Eine Entwertung ihres Wissens, ihrer Erfahrung und ihrer Lebensleistung bedeutet. Das darf niemals vergessen oder unter den Teppich gekehrt werden. Darin liege eine der Ursachen für die besondere Verstimmung und politischen Besonderheiten, die es in Ostdeutschland heute gäbe. Auch Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig wies in ihrer Rede in Schwerin auf die Benachteiligung des Ostens hin. Mit der sich nicht abgefunden werden dürfe. Zitat. Wir Ostdeutschen haben mehr in die Einheit eingebracht als Rotkäppchen, Sekt und das Ampelmännchen. Es gebe noch immer keine gleichwertigen Lebensverhältnisse. Aber sie rief zu Gemeinsamkeit statt Hass und Hetze auf. Bereits am Mittwochnachmittag begann in Schwerin das dreitägige Bürgerfest zu dem Feiertag. Die zentrale Feierlichkeiten heute starten die Kirchen mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Appell zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der katholische Berliner Erzbischof Heiner Koch sagte, das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Prägung sei eine große Chance, aber auch eine enorme Herausforderung. Genau wie die Abschaffung des Systems der Kirche in Deutschland. Da muss man sagen, das kriegen die Ostdeutschen besser hin. Die lassen sich von den religiösen Spinnern nicht so sehr auf der Nase rumtanzen. Das dazu aus der Tagesschau. Ich habe dazu aber noch einen zweiten Artikel aus der Süddeutschen. Deutschland braucht ein neues Denken. Es wächst nicht zusammen, was zusammen gehört. 34 Jahre nach der Einheit trennt Ost und West immer noch Welten. Was könnte helfen? Ein soziologischer Erklärungsversuch. Eigentlich hätte die Koalition ein Geschenk für Deutschland sein können. Es wäre darum gegangen, das Soziale, das Ökologische und das Liberale neu zusammenzudenken und daraus als Programm für eine neue Gesellschaftspolitik zu machen. Denn wir hatten uns in Deutschland über die Jahrzehnte daran gewöhnt, das Ausmaß einer integrierten Wirtschaft und Sozialpolitik Schritt für Schritt zu erweitern, statt einen bestimmten Punkten eine Fokussierung des Ganzen vorzunehmen. Doch die Klimapolitik, die Sicherheitspolitik, die Ernährungspolitik, die Wirtschaftspolitik und die Sozialpolitik stehen nicht einfach als Säulen nebeneinander. Sie müssen in einer Zeit auseinanderstrebender Kräfte neu und anders aufeinander abgestimmt werden. Was heute sozial, was ökologisch, was sicher, was wirtschaftlich und was gesund heißt, ist alles andere als klar. Die langsame Politik einer entstehenden Gegenwart sollte sich darum besser mit solchen Begriffen und deren Zusammenhängen befassen, als nach alternativen gesellschaftlichen Narrativen zu suchen. Wir brauchen heute in Deutschland keine neue Erzählung, die sich an den Einschnitten von 1945, 1968 oder 1989 orientiert, sondern ein anderes Denken. Diese Aufgaben stellt sich noch dringlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass Ost und West in der Bundesrepublik auf lange Sicht unterschiedlich ticken werden. Die am Ende der 2010er Jahre in verschiedenen Romanen und Essays akzentuierten Erfahrungen, Ostdeutsch zu sein, hat zweifellos zu einer Emanzipation Ost geführt. 1989 war demnach keine, wie von Jürgen Habermas seinerzeit formulierte, nachholende, sondern eine befreiende Revolution. Man beharrt auf der Differenz zwischen Ost und West und weist das behaupte Defizit als koloniale Zumutung zurück. Was heißt das? Die Westdeutschen müssen verstehen, dass Ostdeutschland nicht als Restgestalt der DDR zu verstehen ist, sondern selbst eine identitätsstiftende Konstruktion darstellt, in der sich von Generation zu Generation weitergegebene Sozialisationserfahrungen aus der DDR mit der Enttäuschungserfahrung aus der Wendezeit mischen. In gewisser Weise ist Ostdeutschland ein auf wechselseitig Beobachtung beruhendes Gegenbild zu Westdeutschland. Etwas komplizierter formuliert, bei den innerdeutschen Identitätsverhandlungen trifft das Westdeutschlandbild der Ostdeutschen auf das Ostdeutschlandbild der Westdeutschen, wobei mittlerweile Ost-Ostler und West-Ostler in Ostdeutschland und West-Westler und Ost-Westler in Westdeutschland beheimatet sind. Verstanden? Und vielfach in Ost und West und in West- und Ostbeziehungen miteinander verbunden. Trotzdem wächst nicht zusammen, was zusammen gehört. Im Gegenteil. Der Abstand wird in der Generationenfolge eher größer als kleiner. Je weiter wir uns von 1989 wegbewegen, umso deutlicher werden die Unterschiede in den Lebensweisen und Gesellschaftsauffassungen in Ost und West. Der ländliche Raum im Osten ist von landwirtschaftlichen Großbetrieben und schrumpfenden Ortschaften geprägt. Im Westen herrschen auf dem Land nach wie vor die familiengetragene Landwirtschaft und die dörfliche Alteingesessenheit. Hier die Gutsherrenwirtschaft, dort der bäuerliche Familienbetrieb als Struktur langer Dauer. Drastischer noch werden die Differenzen im Blick auf die industrielle Sozialverfassung. Die DDR war eine Industriegesellschaft mit dem Betrieb als gesellschaftlichem Kern. Das gesamte Sozialleben vom Kindergarten bis zum Ferienheim drehte sich um den volkseigenen Betrieb, die VEB, mit einer relativen egalitären Sozialstruktur. Die von der Treuhand aus reinen volkswirtschaftlichen Erwägungen diktierte Abwicklung der VEB hat die Industriegesellschaft Ost dieser Kerne ihres gemeinsamen Zusammenlebens beraubt. Dies erklärte die bis heute anhaltende und durchaus identitätsstiftende Wut auf den Vollzug der Vereinigung als Beitritt. Die männliche und weibliche Facharbeiterschaft der DDR, ausgestattet mit hohen Kompetenzen und starker Erwerbsmotivation, erlebte eine Auflösung ihrer Arbeitswelt. Ihre Arbeitsvermögen wurden individualisiert. Man war nicht mehr Teil einer volkseigenen Wirtschaftskraft, sondern nur noch privater Anbieter einer Arbeitskraft auf Arbeitsmärkten, die sich angeblich ganz anonym nach Angebot und Nachfrage regeln. In gewisser Weise ist so ein gemeinsames Volk entstanden, dem jede Form seiner Gesellschaft und jede Idee seines Zusammenlebens genommen worden war. Aus dieser Erfahrung näherte sich eine grundsätzliche Systemversion bei gleichzeitiger oberflächlicher Systemadaption. Unterstützt wird diese Haltung eines skeptischen Abwartens mit verschränkten Armen durch ein soziokulturelles Unterschiedsbewusstsein. Mit durchaus erhobenen Haupt. Man ist stolz auf die feinen Unterschiede in Gemeinschaftsleben und Geschmack. In der DDR gab es zwar keine Pizza und keine Psychoanalyse, dafür aber knusprige Bräuler und eine freizügige FKK-Kultur. So präsentiert sich und schmückt sich das teilgesellschaftliche Bewusstsein der Andersartigkeit, das auch nach politischem Ausdruck verlangt. Die westdeutsche Legitimation durch demokratische Verfahren wird mit dem ostdeutschen Bezug auf den Volkswillen konfrontiert. Man will sich in Ostdeutschland eben nicht länger in Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen, sondern beharrt auf der Fühlbarkeit einer demokratischen Beteiligung. Was damit gemeint ist, bleibt erkennbar offen. Parteien gelten im Osten dabei nicht als Sammelbecken mit Milieuhintergrund und Lerngeschichte, deren Ziel es ist, die politische Willensbildung voranzubringen, sondern als Beute in der Hand dubioser Eliten. Dem rheinischen Kapitalismus misstrauen die Ostdeutschen trotz seiner Mitbestimmungsmechanismen für Arbeitnehmer so sehr, dass sie im Zweifelsfall den robusten Unternehmerkapitalismus im Stil eines Elon Musk vorziehen. Kurzum, die deutsche Einheit ist auf lange Sicht nur als Einheit in der Differenz erkennbar. Mit dem inzwischen in beiden Teilen des Landes verbreiteten Empfinden einer Unvollendbarkeit der Einheit ist die Frage nach dem Verständnis Deutschlands als Einwanderungsgesellschaft verbunden. Bis auf die AfD stimmen alle im jetzigen Bundestag vertretenen Parteien mit dieser Selbstbezeichnung überein. Aber die Debatte über die Konsequenzen dieses Selbstverständnisses wird mit dem Scheuklappen geführt, ist sie doch auf beiden Seiten des politischen Spektrums weitgehend durch Argumente über die sozioökonomische Notwendigkeit und die soziokulturellen Grenzen von Zuwanderung versperrt. Dabei hält der Prozess von Zuwanderung an und es von Statusverhandlungen zwischen Einwandernden, Eingewanderten und Alteingesessenen begleitet. Es geht um die Feststellung, Wer zuerst da war, wer später dazu gekommen ist und wer sich zuletzt eingefunden hat. Daraus ergibt sich eine Hierarchie des Hierseins im Laufe des Einwanderungsprozesses. Wer zuerst da war, kann das Recht beanspruchen, den späteren Gekommenen die Regeln vorzuhalten, die man beherzigen muss, wenn man hierbleiben und vorankommen will. Diese Definitionshoheit, die sich aus der Dauer des Daseins ergibt, rahmt und prägt das Zugehörigkeitsgefühl in einer Einwanderungsgesellschaft. Die Etablierten konstituieren sich als Gruppe ohne und mit Zuwanderungsgeschichten, genau wie die Außenseiter als Gruppen konkurrierender Abstammungsgemeinschaften. Das geht nicht ohne Konflikte ab, weil mit der Generationsfolge der jeweiligen Einwanderungsgruppe das Gefühl eines Anrechts auf Mit- und Fürsprache wächst. Ein Buchtitel wie Fatma Aydimir und Hengame Yagabufira Eure Heimat ist unser Albtraum ruft natürlich den Streit über den Ton hervor, solches Anrecht zur Geltung zu bringen. Die Bundesrepublik steht als Einwanderungsgesellschaft mitten in solchen Auseinandersetzungen und es ist nicht zu erwarten, dass daraus so schnell eine Integration durch Konflikt erfolgt, dass in den Kontroversen bald neuer Konsens gefunden werden könnte. In der Bundesrepublik ist Einwanderung in den langen Nachkriegszeiten in erster Linie als Einwanderung in die Arbeitsmärkte verstanden worden. Arbeitsmarktauglichkeit und Arbeitsmarktbewährung bestimmen den Zugehörigkeitsstatus. Deutsche Wertarbeit entschied nicht nur über die Höhe der Entlohnung, sondern auch über die Höhe der gesellschaftlichen Wertschätzung. Und zwar unabhängig von Herkunft, Glaube und Weltanschauung. Am Wert der Arbeit hing stets auch ein bestimmtes Schema sozialer Klassenzurechnung. Aber es lag auch ein Versprechen für sozialen Aufstieg und gesellschaftliche Teilhabe in ihm, der von Gewerkschaften unterstützt und von politischen Parteien mit einer Geschichte aus der Arbeiterbewegung gefördert wurde. Daran gemessen bringt ein politisches Migrationsregime, das sich allein auf der Grundlage des Rechts stützt, ein Anerkennungsproblem für die Zuwandernden mit sich. Denn wie kann ich mich bewähren, woran misst sich meine Leistungsfähigkeit in den Augen der Etablierten, wenn mir die legalen Arbeitsmärkte verschlossen bleiben? Das deutsche Migrationsregime hat unter der Hand, also im Großen und Ganzen unbemerkt, von einer Berechtigung durch Arbeit auf eine Berechtigung durch staatliche Versorgung umgeschaltet. Das erfolgte Schritt für Schritt und hatte nachvollziehbare Gründe. Aber jetzt ist der Punkt für eine Revision des Denkens über Zuwanderung und Zugehörigkeit da. Aber eine politisch effektive Wende im Denken des Zukünftigen ist nicht allein durch den Rückblick auf vergangene Zukunft zu erreichen. Man braucht eine Idee von glaubhaften Anstrengungen und belastbaren Kompetenzen, die Gesellschaften unserer Art weiter vorantreiben. Im Wettlauf um die digitalen Technologien ist gegen die Dateigiganten oder Datengiganten aus den USA und aus China nichts mehr auszurichten. Das Netz als eine Ansammlung von lernenden Suchmaschinen, wachselnden sozialen Medien und sich erweitern in digitalen Kaufhäusern ist aus europäischer und aus deutscher Sicht vollkommen vergeben. Bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz für ein industrielles Netz der Dinge sieht die Sache schon anders aus. Hier ist eine neue und andere Ingenieurskunst für die intelligenten Maschinen und Fabriken des 21. Jahrhunderts gefragt, bei denen Maschinen mit Maschinen kooperieren und Fabriken sich mit Fabriken austauschen. Dazu braucht es Sensoren, Hydraulikelemente, Motorenreihen und die Produktion von Dingen nach Maß und Form. Diese Technologie stammt aus einer Kultur des Maschinenbaus und bedarf einer Kultur der Wartung und Reparatur. Hier liegen die komparativen Vorteile des deutschen Produktionssystems. Die Deutschen verkaufen nicht nur Maschinen, sondern eine ganze Infrastruktur mit Zulieferung, Instandhaltung, Lagerung und Transport. Das wissen die Kunden und zahlen dafür auch höhere Preise. Die Bedienung dieser intelligenten Maschinen verlangt freilich ein implizites Wissen, das gelehrt und gelernt werden muss. Die Maschinen laufen auch im Second Machine Age nicht von selbst. Im Grunde wird mit der Maschine aus Deutschland das Design für eine ganze Fabrik geliefert. Damit ist ein Kulturfaktor eigener Art verbunden. Eine Fabrik mit intelligenten Maschinen läuft dann auf vollen Touren, wenn auch für die Pflege einer entstehenden Facharbeit gesorgt ist. Deshalb kommt bei ausländischen Partnern und Kunden beim Markenzeichen Made in Germany die Rede schnell auf, du Halle Bildung, Fachhochschulen, gewerkschaftliche Organisation. Auch wenn sich nicht jeder mit diesen bundesrepublikanischen Modellen anfreunden will, wird man hier auf eine Lücke zwischen Mensch und Maschine gestoßen. Die zeigt, dass eine App für eine Fabrik verständige Menschen verlangt. Menschen, die mit der Technik umgehen können und in der Lage sind, Störungen im Betriebsablauf zu beheben, Anschlüsse zwischen Abteilungen herzustellen. Damit ist die entscheidende Quelle benannt, die die deutsche Gesellschaft weiterhin braucht, um zukunftsfähig zu bleiben. Das Individuum, das als Tüftlerin eine Lösung findet, als Gesprächspartner den wunden Punkt einer Sache zur Sprache bringt und als Diplomatin einen Dreh findet, wie man trotz gravierender Differenzen im Weltbild miteinander klarkommt. Dieses Individuum ist keine feste Größe, sondern ein Rätsel für sich wie für andere. Es hat eine Stimme, kann sich einfach umdrehen und seiner Wege gehen. Aber im Zweifelsfall kann es auch loyal sein. Für eine gemeinsame Anstrengung im allgemeinen Interesse. Sehr, sehr wilder Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Wollte ich aber unbedingt mit reinbringen. Fand ich gut und finde ich immer noch gut. Das waren die heutigen Nachrichten. Wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018